So Leute, das ist doch gemütlich, ey. So lässt sich die Buga erleben. Da haben sie recht. Ich hoffe, dass sie sich die Zimone erwartet. Das war eine kleine, aber feine Fahrt mit dem Seilbahn. Hier in Mannem. Achso, ich habe es ja vergessen. Nach dem Intro. Hier haben wir diese Seilbahn, die ist richtig, richtig wunderschön. Die hat mir so richtig gut gefallen. Die Fahrt war richtig schön. Mit der Zeit war auch wunderbar. Aber man hat schön durch Mannheim gehen können. Man ist über Mannheim geflogen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Fahrt mit der Seilbahn. Und da ist das gute Stück. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, das ist doch gemütlich. So lässt sich... Bis zum nächsten Mal.